hallo und herzlich willkommen zu manuel am abend ja wie gesagt ich sitze gerade hier im bett und ja da sitze ich hier halt und ja was soll ich da noch sagen ja der tag draußen ist natürlich wie er ist aber doch muss ich sagen gefällt es mir zwar auch hier zu sitzen eigentlich wäre hier jetzt woanders da ich aber urlaub habe sitze ich hier und genieße es ja die glotze läuft ja gestern kein mal am abend nicht tut mir natürlich sehr leid aber da es jetzt etwas später kommt kommt es natürlich dann gleich und ja gestern abend 19 uhr lief kein mal am abend aber ich muss dazu sagen ich habe zeitlich nicht geschafft und heute kommt sie halt verspätet ja gestern lief nämlich auch deutschland ein spiel ja ein fußballspiel ja deutschland und naja ich muss sagen ich muss jetzt schluss machen wir sehen uns heute abend um 19 uhr wieder zu manuel am abend bis dahin wünsche ich euch alles gute und dann erfahrt ihr auch mehr was in den nächsten tagen so läuft oder ob überhaupt was läuft das schauen wir dann aber eins kann ich sagen manuel am abend immer wieder gerne einschalten ja es gibt noch etliche folgen etliche folgen mit und von manuel am abend wie es natürlich mit dem movie weitergeht das könnt ihr natürlich auch bald erfahren und ich muss jetzt erstmal wieder schluss machen wir sehen uns ab 19 uhr wieder zu manuel am abend heute und weil ihr werdet es heute sehen und heute gibt es natürlich zwei folgen die folge von gestern gleich mit und bis dahin wünsche ich alles gute bis nachher und tschüss und tschüss ich habe doch gesagt tschüss tschüss